Hier kommt eine Bewegung in Gang, die sich auf Dauer weder von Zäunen noch von Polizeiketten aufhalten lässt. Und damit guten Abend liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum Rundschau Magazin am Freitagabend. Ungarn scheint die Kontrolle über die Flüchtlinge zu entgleiten. Die dortige Regierung greift zu drastischen Maßnahmen und verschärft im Hauruck-Verfahren die Einwanderungsgesetze. Tausende Flüchtlinge nehmen ihr Schicksal jetzt selbst in die Hand. Sie fliehen aus streng bewachten Auffanglagern und protestieren immer lauter. Dazu schalten wir gleich nach Budapest. Zuvor der Bericht von Nina Rieger. Zugeschaltet aus Budapest vom Ostbahnhof ist unsere Reporterin Anna Tillak. Anna, es scheint sich offenkundig eine neue Entwicklung abzuzeichnen. Am Sonntag wäre Franz Josef Strauß 100 Jahre alt geworden. Er hatte kein glatt gebügeltes Image und zog die Konfrontation dem Konsens vor. CSU und Staatsregierung feierten FJS heute mit einem Festakt in München. Kirsten Gierschick berichtet. Und FJS sagte einmal über sich selbst, ich bin weder heiliger noch ein Dämon. Ich bin kein ausgeklügeltes Buch, sondern ein Mensch in seinem Widerspruch. Ein unverwechselbarer Solitär, das war er unstrittig. Im guten wie im kritischen Sinne. Er hatte seine Verdienste, er hatte seine Skandale. Jan Müller-Reit erinnert an Franz Josef Strauß. Die vielen Facetten des Phänomens FJS beleuchten wir bei uns im Netz in einem großen Dossier unter br-rundschau.de. Gerade war es noch sommerlich heiß in Bayern, nun liegt in den Alpen der erste Schnee. Die Wetteraussichten fürs Wochenende. Grünwald-Freitagskomedy ist eigentlich in der Sommerpause. Eigentlich. Aber eigentlich auch nicht, wie jetzt zu sehen ist. Uns vom Rundschau-Magazin können Sie morgen wiedersehen, dann bereits um 21.25 Uhr. Ich wünsche Ihnen noch einen vergnüglichen Abend bei uns im bayerischen Fernsehen und ein schönes Wochenende.